Hey Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Nämlich, es geht um eine Website. Der Link ist dazu nochmal in der Videobeschreibung. Diese Website kennt jeder bestimmt. Jeder hat davon entweder mal gehört, das selbst mal ausprobiert oder mal gesehen oder so. Auf diesen Button hier klickt, nämlich auf Please, kommt man zu einer Website, die total dumm ist, die total singenlos ist. Und ja, mal gucken. Ich guck jetzt einfach mal, was passiert. Ich weiß nicht, auf welche Website ich komme. Ja. Oh Gott! Ja, ihr habt nur geholfen. Oh, glory to the... Oh, ernsthaft? Ja, dann gehe ich mal wieder zurück zu der Website. So, nochmal eine neue. Okay, was passiert hier? Äh... Ah, ich glaube, das... Ja, das war sowas, damit man so irgendwie... Man aktiv wird. Das ist ein Eisbär. Oder? Nee. Pandabär? Koala. Pandabär. Ich glaube, wir erkennen gerade alle, was das ist. Was das sein soll. Aber ich mach trotzdem weiter. Die haben... Ich glaube, das war so, dass die das für eine Website so gemacht haben. Also, für so ein... Äh, Website... Quatsch! Was laber ich? Für so ein Wettbewerb, damit man irgendwie aktiver wird. Keine Ahnung. Ich hab davon nur so einmal kurz gehört. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Aber ich bewege mir meine Hand auch nicht so richtig. Toll. Ich glaube, wir können alle erkennen, was das ist. Oder nicht? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Yay! So, mal gucken. Was kommt jetzt? Hä? Oh, wie süß! Hund! Süß und eklig! Oh... Und frech! Oh... Ich liebe Hunde. So. Und weiter zur nächsten Website. Was ist das denn? Oh. Okay. Oh, was bringt das? Was? Oh... Okay. Ich verstehe den Sinn irgendwie nicht. Eine Website kenne ich auch schon. Mal gucken, ob die kommt. Das werdet ihr dann schon merken. Äh... Boah, es kommt gleich so ein richtig krasses Geräusch. Alter, was soll ich darstellen? Äh... Alter, was soll ich darstellen? Äh... Gut, dass da ein Balken vor ist. Äh... Äh... Alle meine Ähnchen schwimmen auf dem See. Oh Gott, okay. Ich kann auf jeden Fall nicht singen. Das steht schon mal fest. Und was bringt mir das? Ich lade die Website einfach nochmal neu. Äh... 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 Äh der Webseite sich schön aus das ist ein intro nein Prozent Alter Falter Okay, eine Frau, die ist und ich steuere sie Ja, super Nächste Webseite Es geht jetzt relativ schnell, deswegen wird das Video jetzt auch nicht allzu lang Glaube ich Oh, Jana Jana hat schon wieder geschrieben Ey, die kommt auch in jeder Folge vor, ne? Liebe Jana Weißt du was? Willst du beim nächsten Video mal in mein Video kommen? Und dann sitzt du neben mir und die Leute können dann deine Stimme hören Ja, das wird doch ein Spaß Ja, ich würde dann sagen, das war's Der Link von der Webseite ist nochmal in der Videobeschreibung und alles Und ja Tschüss, bis morgen Bye